Hallo und herzlich willkommen bei Valdis Pizza Kanal. Ich darf euch heute ganz herzlich zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal begrüßen. Heute werde ich wieder auf Zuschauerfragen eingehen. Ich habe unheimlich oft die Frage bekommen, warum sich euer Pizzateig beim Auseinanderziehen mit den Händen wieder zusammenzieht. Darauf möchte ich heute gerne eingehen, werde euch auch nochmal zeigen, wie man so einen Pizzateig richtig mit den Händen auszieht. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, wie bereits angesprochen, haben sehr viele von euch das Problem, dass wenn sie zu Hause ihren Pizzateig auseinanderziehen, dass der sich sofort wieder zusammenzieht. Und hier gibt es wirklich ein paar Dinge zu beachten, damit euch das nie wieder passiert. Zum einen braucht ihr ein spezielles Pizzamehl. Ich habe jetzt hier ein Mehl von der Firma Caputo. Das hat einen Eiweißgehalt von 13% und das ist auch ein ausschlaggebender Wert. Ihr braucht ein Mehl mit einem relativ hohen Eiweißgehalt. Nur somit ist gewährleistet, dass sich ein richtig starkes Klebereiweißgerüst bei euch im Teig bildet. Deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich ein spezielles Pizzamehl nehmt. Ja, leider entscheidet nicht nur das Mehl über Sieg oder Niederlage. Es spielen auch mehrere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel auch der Wassergehalt in eurem Teig. Der sollte relativ hoch gewählt werden. Denn wenn ihr ganz wenig Flüssigkeit in eurem Teig habt, dann wird er sehr hart und lässt sich auch schlecht ausziehen. Wählt also ein Wassergehalt von mindestens 55% in eurem Teig. Somit wird er schön elastisch und ihr könnt ihn schön ausziehen. Ganz entscheidend ist auch die Knetzeit von eurem Teig. Denn hier bildet sich das Klebereiweißgerüst beim Kneten. Ich empfehle als Faustformel, wenn ihr den Teig von Hand knetet, mindestens 20 Minuten. Und wenn ihr den Teig mit der Maschine knetet, mindestens 10 Minuten. So, und jetzt kommen wir zu einem der allerwichtigsten Punkte. Und zwar zu der sogenannten Stückgare. Das heißt, wenn der Teig, so wie bei mir, hier als einzelne Teigkugeln geht. Dieser Teig ist jetzt hier optimal aufgegangen. Und das ist auch wirklich wichtig. Also der Teig muss bei der Stückgare mindestens 3 bis 4 Stunden gehen, weil in der Zeit entspannt sich unser Pizzateig. Und nur wenn unser Pizzateig wirklich entspannt ist, lässt er sich von unseren Händen schön ausbreiten. Und hier passieren auch die meisten Fehler. Und das möchte ich euch gern jetzt mal zeigen. Also wir müssen jetzt als erstes probieren, dass wir unseren Pizzateig so schön wie möglich aus unserer Pizza-Ballen-Box bringen. Als erstes geben wir hier auch noch ein bisschen Semula auf unsere Arbeitsfläche. Da wirklich auch nicht sparen. Und dann schauen wir mal, dass wir den hier so rund wie möglich rausbekommen. So, und dann legen wir den hier drauf. Und dann können wir anfangen, um den Pizzateig auszuziehen. Und da kommt es jetzt schnell mal her. Also wie gesagt, schaut, dass wirklich viel Semula oder Mehl unter eurem Teig ist und versucht ihn so rund wie möglich aus eurer Pizza-Ballen-Box zu holen. So, und jetzt schaut es mal her, wenn der Teig schön entspannt ist, dann können wir den richtig schön auseinander ziehen. Am Anfang ist das mehr erdrücken. Dann drehen wir das Ganze mal und dann drücken wir hier schön von der Mitte heraus. Können wir wieder drehen. So, und wenn wir dann eine gewisse Grundgröße, sage ich mal, erreicht haben, können wir anfangen, mit unseren flachen Händen den Pizzateig auseinander zu ziehen. Und da seht ihr jetzt schon, bei mir ist das gar kein Problem. Also wenn man meine Tipps hier befolgt, dann hat man eigentlich auch keine Probleme, den Pizzateig auseinander zu ziehen. Also hier sieht man ja schon, da zieht sich gar nichts zusammen. Ich kann den ausziehen und der bleibt so groß, wie wir ihn eben ausgezogen haben. Und da spielen eben die Faktoren eine Rolle, dass ich das richtige Mehl habe, dass ich genügend Wasser im Teig habe, dass die Stockare lang genug war, dass der Teig ordentlich gegnetet worden ist. Und jetzt machen ganz viele von euch den Fehler, dass zum Beispiel irgendwas ist schiefgelaufen, ihr habt hier ein Loch drin. Und jetzt machen viele den Fehler, dass sie wieder einen Teigballen formen. Geht jetzt schon gar nicht so richtig gut, dann haben sie hier wieder eine Kugel. Und jetzt meinen viele, dass sie jetzt wieder anfangen können, holen sich hier ein Semula, legen den hier drauf und drücken wieder drauf. Also das funktioniert nicht. Der ist jetzt total unentspannt, der Teig. Das kann einfach nicht funktionieren, den kann ich jetzt nicht mehr ausziehen. Jetzt beginnt unsere Stückgare wieder von vorne. Das heißt, wir formen eine schöne Kugel. Und so muss unser Pizzateig jetzt wieder für mindestens drei bis vier Stunden gehen. Sonst funktioniert hier gar nichts. Der Teig muss wirklich total entspannt sein, damit man schön ausziehen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte dieses Problem jetzt ein bisschen aus der Welt schaffen. Ich hoffe, ich konnte euch verständlich erklären, warum sich bei euch zu Hause der Pizzateig zusammenzieht oder nicht. Ein wichtiger Punkt, der mir jetzt auch noch eingefallen ist, ist die Temperatur von eurem Pizzateig. Also es funktioniert nicht, dass ihr euren Pizzateig zum Beispiel aus dem Kühlschrank nehmt und ihn dann direkt ausbreitet. Das kann nicht funktionieren. Der muss noch Raumtemperatur annehmen. Nur somit ist gewährleistet, dass der schön weich wird. Und damit ihr den dann später schön ausbreiten könnt. Da sieht man jetzt auch schon, der Teig ist richtig schön weich. Und der zieht sich eigentlich von selber schon aus. Also hier haben wir gar keine Probleme. Und wenn ihr so einen Pizzateig zu Hause habt, werdet ihr auch keine Probleme mehr haben. Ich hoffe, mein Video heute hat euch gefallen. Das war mal ein ein wenig kürzeres Video. Aber es war mir jetzt einfach wichtig, dass ich euch das zeige, weil ich da wirklich so viele Fragen von euch bekommen habe. Ich wünsche euch jetzt alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht es gut. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.